Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, nun lese ich von den Kapiteln über das Unileben Teil 2 aus meiner Autobiografie Die Welt ist freundlich, du darfst vertrauen. Ende April 2007 fragte sich Klaus, wieso denn seine Socken so viele Löcher haben. Olivia meinte, er solle doch mal versuchen, sich die Zähnägel zu schneiden. Am nächsten Morgen wollte Olivia frühstücken, ein Schrei aus der Küche. Als ich kam, sagte sie, also wenn ich diesen Klaus in die Finger kriege, der Kerl schneidet sich doch tatsächlich seine Zähnägel in der Küche, ohne sauber zu machen. Sie meinte, ich solle den Nagel als Beweisstück liegen lassen. Nach einer Weile dachte ich mir, ach Quatsch, so ein Theater zu machen. Ich wollte ihn wegschmeißen. Beim Aufheben fiel mir auf, dass es gar kein Zähnägel war, sondern eine in Form und Größe zum Verwechseln ähnliche Knoblauchhaut. Bei einer Vorlesung hatte ein Professor ein Mikro am Hemdkragen. Als die Pause, ab der Pause ließ er seine wissenschaftliche Mitarbeiterin weitermachen und ging. Als er dann in einer anderen Saal etwas sagte, hatten wir alles auf den Lautsprechern. In einem Seminar behandelten wir folgenden Fall. Ein Jugendlicher mit einer steilen Autoknackerkarriere kam zu einem Pädagogen, der immer sein Auto, einen teuren BMW, putzen ließ. Nach einer Weile hielt es der Junge nicht mehr aus und flitzte mit dem Auto ab. Er wurde von der Polizei zurückgebracht. Der Dozent fragte uns daraufhin, was sollte man da jetzt tun? Diese Ratte! Kopf ab! Ab mit in die Mongolei! Ein anderes Mal stand ich mit Olivia in der Küche. Diesmal tropfte sie Nudeln ab und verbrannte sich dabei die Finger. Da sie dabei zu hüpfen und schreien anfing, versteckte ich mich, um mein Lachen zu verbergen im Schrank. Durch den Spalt zwischen Schrank und Schranktür beobachtete ich, wie Olivia nochmal versuchte, das Kochwasser ablaufen zu lassen. Diesmal drehten sich die Fersen deutlich auseinander, wobei die Zehen stehen blieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und Tschüss!